Leute, Aufstieg Nummer 6 beginnt auf der Suche nach der Journalistin. Wir starten die Mission. Du kannst mir diese Mission auf Gegenstände einpacken? Nein, möchte ich nicht. Okay, es geht los, Leute. Es geht los! Delta, danke für dein Follow. Hallöchen! Und Chandra, mach's gut. Die mysteriöse Fremde hat eine weitere Person im Gebirge gesichtet, die wohl von außerhalb kommt und ausgerüstet ist wie ein Journalist. Das kann kein Zufall sein. Du willst ihn als Verbündeten gewinnen, dazu musst du ihn jedoch erst einmal finden. Und das machen wir jetzt, Leute. So, das ist das Spiel, ist gerade im Sale. 50%, wer da Bock drauf habt, gönnt euch. So. Chandra, ich krieg alles mit, ne? Hallo, blauer Sessel! Grüß dich, moin! So, irgendwo hier in diesem Gebirge, wir haben hier eine Art Ortungssystem. Ich sag euch das mal, wenn ich hier T drücke, wie Ortung, dann seh ich hier einen Punkt, da müssen wir hin. Das heißt, hinter dieser massiven Felswand, ne, warte mal, hier, das ist eher so die Richtung. Guck mal hier, pochert das ganz schnell. Da könnte der Journalist versteckt sein, ne? Oder die Journalistin. Aber bevor wir hier irgendwas machen, ich mach mir jetzt erstmal Fellhandschuhe. Wir basteln. Du überlegst, was du gerade am dringsten benötigst. Körpertemperatur. Du baust warme Handschuhe. So, das kostet zwar ein bisschen Energie, aber ich hab euch gesagt, man kann die auch nachbauen. Und jetzt sind wir eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Ich glaube, wir können jetzt gar nicht mehr erfrieren. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht genau. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Aufstieg. Wir müssen einmal hier über diesen ganzen Fels drüber hinweg. Es gibt ja einiges noch zu entdecken. Sind hier unten im Startergebiet. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal hier vorne diese Plakette ein. Und latschen da mal hin. Okay, das ist unser Wissenschaftler hier. Ich weiß gar nicht, der hat gar keinen Namen, ne? Wir können den, wollen wir denen einen Namen geben? Was meint ihr? Wie sieht der aus? Wie ein... George. Heißt ein Wissenschaftler nicht George? Bert? Ein Komet. Er schöpft, legst du deinen Kopf in den Nacken. Dir stockt der Atem und deine Pupillen weiten sich. Über dir fliegt ein Komet. Er zieht ein Kilometer lang. Hey, leuchtenden Schweif hinter sich. Ja, welch ein Spektakel. Die Gefühle übermannen dich. Oh, wir bekommen geistige Gesundheit? So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. Auf jeden Fall, er friert sich schon den Arsch ab, ne? Wir haben zwar eine Fellmütze. Wir haben Handschuhe und Socken. Aber irgendwie... Naja, wir haben gar keine Fellmütze, glaube ich. Oder? Wir haben eine Fellmütze. Stiefen fehlen uns noch. So, dann lass uns mal gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Das ist natürlich ein beschwerlicher Weg. Wir probieren das. Wir müssen immer so ein bisschen aufpassen. Hier unten haben wir unsere Statuswerte. Die Energie wird schon runtergesaugt hier. Da müssen wir mal schauen. Hallo Apothekentante. Ein wunderschön. Hallöchen. Wie geht's? Wieder aus dem Bett gerollt, ne? Ich freu mich ja immer, wenn ihr euch extra den Wecker stellt, um hier nix zu verpassen. Schön aus dem Bett peitschen, alle. So. Ich guck mal noch mal kurz, wo das sein könnte. Oh, es scheint sehr, sehr nah zu sein. Also entweder ist das Level ziemlich kurz. Guck mal, hier wird's dunkel. Aber einen anderen Weg nach oben scheint es hier... Ja doch, da gibt's doch einen anderen Weg. Warte mal, was ist denn, wenn wir da lang klettern? Das Problem ist, immer wenn wir so ein Ausrufungszeichen auf der Route haben, da können schlimme Dinge passieren. Wir haben uns schon Fuß eingeklemmt. Wir sind schon von Lawinen überrollt worden. Alles Mögliche. Wir versuchen außenrum zu klettern. Junge, Junge, Junge. Wer von euch kennt das Spiel noch nicht? Einfach mal eine 2 in den Chat. Für wen ist das Spiel noch komplett neu? Mike aus NRW, Delta, Stefan, Felifilu, Black Panther, Rosenrot, Weidenlied, XYZ, der alte Troll, äh, Pifo, oder XYZ, warst du gar nicht da? Für Olli auch. Okay, Alina. So, wer kennt das Spiel schon? Einmal eine 1 in den Chat, Leute. Wer war schon mal mit dabei hier? Bei dem Spiel? Okay, Panda Uschi war mit am Start, Metal Car. Der Rest schläft noch, ne? Der Rest schläft noch, Jassi, sehr gut. Meister X, 1,5 nur sehr kurz reingeschaut. Apotheken, Tante, ja. Hat uns wieder Drogen mitgebracht, sehr gut. Aber nur vor Wochenende. Mmh, Kailina. Mmh, 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 Sapse auch. Okay, okay. Gut, perfekt. Ja, dann wollen wir mal versuchen, jetzt hier die Neulinge nicht zu enttäuschen, ne? Ei, 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 ei. Wir haben ein Event. Wir sind in der Todeszone. Die Todeszone beginnt bei 6000 Metern. Hier wird unsere Höhe angezeigt. Hier unten. Wir sind jetzt bei 6080 Metern. Die Luft wird immer dünner. Dein Atem wird schwer. Du hast die Todeszone betreten. Du hältst einen Moment inne, um dich auf dem Weg zum Gipfel einzustellen. Wir haben immer verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also nicht immer, aber meistens, ähm, die uns etwas bringen könnten. Zum Beispiel bekommen wir hier Sauerstoff. Brauchen wir erstmal nicht. Wir bekommen hier, ähm, Energiekostenreduktion. Das ist dieser Balken, der schon relativ leer ist. Das werden wir mal aussuchen. Und jetzt sind wir hier oben. Wir suchen gerade die verschollene Journalistin. Die muss hier vorne irgendwo. Die kann nicht weit sein. Die ist hier irgendwo, ne? Wir müssen gleich, glaube ich, immer irgendwo noch übernachten. Um unsere Energie wieder aufzufüllen. So. Hier unten muss sie irgendwo sein. Diese Journalistin. Vielleicht ist es auch ein Journalist. Ich habe mir das Geschlecht noch nicht angeschaut. Wir müssen mal schauen. Wir verlassen die Todeszone wieder. Das heißt, ja, wir sind ja jetzt quasi hier einmal über den Kamm. Unter 6000 Metern. Alles ist wieder gut. Ah, wir laufen noch weiter. Ich sehe aber noch nichts. Es ist natürlich auch scheiße dunkel. Ich würde sagen, es ist Zeit... Oh, eine Höhle. In der Höhle können wir auch übernachten, ne? Das Ding ist, wenn man übernachtet, muss man dieses Zelt aufbrauchen. Wir können nur dreimal im Zelt schlafen. Danach ist es rip. Dann ist es weg, das Zelt. Hm. Lass uns mal gucken, dass wir irgendwie zu dieser Höhle kommen. Ja, wir haben da ein Ausrufwugzeichen. Aber ich glaube, das ist der beste Weg. Komm, wir klettern da jetzt einfach mal hin. Drück die Daumen, dass nichts passiert. Und was gibt es in der Höhle? Windschutz. Da, hier, hier, links, Leute. Da ist es doch. Da könnte ein Hinweis zur Journalistin sein. Da müssen wir gleich mal hin. Aber wir gehen erstmal in die Höhle übernachten. Du betrittst eine weitläufige Höhle. Mehrere Gänge führen tief in den Berg. Du lauschst. Aus einem der Gänge dringt ein mentalerndes Klopfen an dein Ohr. Als würde jemand mit einem Hammer gegen ein Heizungsrohr schlagen. Ich folge dem Geräusch. Ja, wir folgen natürlich, folgen wir dem Geräusch. Du gehst ein paar Schritte in den Gang. Das Klopfen wird lauter. Doch in der Dunkelheit lässt sich kaum erahnen, wie weit du von der Geräuschquelle entfernt bist. Benutze eine Fackel, haben wir nicht. Benutze eine Taschenlampe, haben wir auch nicht. Wir könnten einfach weitergehen. Kostet geistige Gesundheit. Das heißt, wenn der Wert auf Null ist, dann sehen wir... Ich will nicht spoilern, aber es passieren komische Sachen dann. Wir gehen weiter. Vorsichtig tastest du dich an der Wand entlang. Das Klopfen ist dumpf und gleichmäßig, als würde es von einer defekten Maschine stammen. Immer tiefer trinkst du in das Höhensystem vor, bis das Klopfen schließlich aufhört. Du wartest einen Augenblick. Doch nichts passiert. Nur endlose Finsternis und bittere Kälte. Was hast du dir bei der Aktion nur gedacht? Ja, also wir haben nichts gefunden, leider. Wir sind umsonst reingelaufen. Frustriert machst du kehrt und stolperst in die Gänge zurück. Nach einer Weile bleibst du stehen. Hast du dich etwa verirrt? Die Kälte kriecht in deine Knochen. Du gehst weiter. Plötzlich stößt du mit dem Knie an etwas Hartes. Du ertastest eine metallerne Truhe und öffnest die. Schnell packst du den Inhalt ein und setzt dich humpelnd. Setz humpelnd deine Suche nach dem Höhleneingang fort. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit findest du zurück. Erleichtert lässt du dich auf den Boden fallen. Wir haben was gefunden. Eine schöne Flasche heißen Tee. Super. Die nehmen wir mit. Hat sich also doch noch gelohnt. Leider haben wir uns auch unser Knie angeschlagen. Das müsste hier oben sein. 16 Stunden lang haben wir jetzt leider Energiekosten. Energieverlust so ein bisschen. Aber naja, kannst ja nichts machen. Das heißt, wir liegen und schlafen in der Höhle. Wir schlafen sehr lange, bis es hell ist. Dadurch bekommen wir 54 Energie. Man sieht das hier unten auch in der Vorschau. Energie wird wieder ein bisschen aufgeladen. Gute Nacht, Leute. Ein bisschen schlafen. Treffen wir dann Cthulhu. Ey, weiden die, oder? Das erinnert schon so ein bisschen an Pen & Paper. Finde ich auch. Mit diesen ganzen Events und so weiter. So, da müssen wir hin. Aber wir haben hier vorne ein Symbol. Da sind zwei Köpfe drauf. Das heißt, es handelt sich um eine Begegnung. Wir können allem begegnen. Ein und jedem. Es könnte ein Yeti sein. Eine Ziege. Wir haben schon Bernadina getroffen. Verschiedene Menschen. Leere Zelte. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Wir haben hier dieses gelbe Ausrufezeichen. Wir versuchen das zu umklettern. Das Feld ist leider auch gelb. Ja, das ist jetzt natürlich... Da kommen wir gar nicht... Da kommen wir gar nicht... Ja, das ist natürlich scheiße. Wir kommen da nicht drum herum. Wir müssen einmal durch das gelbe Feld. Ich mach das einfach. Komm, los geht's. Rucksack. Unter einer dünnen Schneedecke entdeckst du einen Rucksack. Stiefelabdrücke führen im Zickzack von dieser Stelle weg und verschwinden hinter dem Felsen. Was machen wir? Der Spur folgen? Oder den Rucksack durchsuchen? Ja. Wir folgen der Spur. Vielleicht finden wir den Besitzer des Rucksacks und können dem helfen. Vielleicht ist das auch unser Journalist. Ich glaub zwar nicht, aber... Wir verfolgen mal der Spur. Du schnappst dir den Rucksack und folgst der Spur. Windgeschützt zwischen steilaufragenden Wänden erkennst du ein Zelt, aus dem ein lautes Schnarchen dringt. Vorsichtig gehst du näher. Plötzlich guckt ein verschlafen und ausgezerrtes Gesicht aus dem Zelt. Es lächelt dich an, als es den Rucksack erblickt. Ja, so sind wir, ne? So sind wir, Leute. Der Fremde nimmt den Rucksack und greift hinein. Er kramt herum und bietet dir eine Konservendose an. Du bist ja nicht sicher, ob du das Geschenk annehmen solltest. So spindeldürr wie der Fremde ist, könnte er es auch gut selbst gebrauchen. Oh! Wollen wir was Gutes tun? Ey, wenn der wirklich dünn ist und kurz vorm Hungertod, Leute, sollten wir dem die Dose vielleicht überlassen. Wir haben auch noch eine Dose, ne? Wanda Roshi sagt, wir sollen die Dose zurücklassen. Wir bekommen dann gutes Gewissen. 24 Stunden Geisteskraft und, ähm, Geisteskraftgewinn bei Events. 24 Stunden. Ja, dann nehmen wir... Wir, wir, wir lassen das mal. Wir sind nett. Ja! Wir haben ein Level abbekommen. Das heißt, äh, Körpertemperatur, Energie und Sauerstoff bekommen wir zusätzlich, wenn wir schlafen. Das nehmen wir auf jeden Fall. So. Und jetzt gehen wir aber hier... Oh, 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 oh. Wir müssen ja ganz wenig wieder zurücklatschen. Ah, ich hab immer ein bisschen Bummel hier auf diese Events zu laufen, ne? Es kann halt immer was passieren, aber, hey, wir sind ja nicht so. Wir machen das. Ich lauf mal auch nicht direkt hin. Ah, ne, weißt du was? Wir gehen erstmal... Kommen wir hier hinten rum eigentlich? Ja, ne? Pass auf, wir machen nochmal einen Zwischenstopp in der Höhle Wir werden uns da nochmal schlafen Oha, oha, wir werden uns da nochmal schlafen Liegen, hier können wir lang Da haben wir nur ein Ausrufungszeichen Das ist ganz gut So Es ist Montag Da denkt man erstmal nur an sich Ehrlich, Delta, ist das so? So Okay, wir werden jetzt nochmal in die Höhle Das ist eine zweite Höhle, vielleicht finden wir da auch schon wieder Oh mein Gott Oh nein Ja, das, wenn der Bildschirm rot wird, dann haben wir es verkackt Dann hat dieses Ausrufungszeichen Äh, etwas getriggert Ei, 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 ei Geröll, so weit das Auge reicht Vorsichtig balancierst du auf dem Felsen Um nicht umzuknicken Plötzlich löst sich Plötzlich löst sich vor dir ein Schatten Aus der Felsnische und springt auf dich zu Vorschreck verlierst du das Gleichgewicht Und knallst auf den Boden Blickst hoch zu Schnee Blickst hoch Es ist nur ein Schneehase Aber du hast dir das Knie blutig geschlagen Das haben wir irgendwie öfter in letzter Zeit, ne? Blutige Knie Wir sind schon, glaube ich, völlig verkrüppelt hier 16 Stunden Knie kaputt Okay, alles klar Ei, 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 ei Wir laufen mal weiter Hallo, Baby Einen wunderschönen guten Morgen Hallöchen Eine Höhle Langsam trittst du in die Höhle Nur, ähm, noch Nach ein paar Meter tut sich der Boden auf Ein Erdriss Ne, wir haben nicht genug Energie Um jetzt irgendwie in der Höhle noch rumzuklettern Wir lassen den Erdriss Erdriss sein Wir legen uns einfach nur schlafen Und zwar bis, äh, tief in die Nacht Würde ich sagen, oder? Guck mal, wie viel Energie wir kriegen Ja, das lohnt sich Das machen wir Warte mal Das machen wir noch nicht Ja, doch Wir müssen das machen, oder? Kann ich jetzt hier auch Wir haben hier so Special Perks Da können wir noch andere Sachen machen Aber das geht nicht im Event Okay, alles klar Dann gehen wir schlafen Schön lange Los Zack Ein Träumchen Wir sind aufgewacht Es ist dunkel Aber wir kennen unseren Weg Wir strotzen so vor Energie Und hier hinten War ja irgendwo, ähm, der Journalist Ich glaube, wir kommen da gar nicht rum Kommen wir da nicht rum Kommen wir da gar nicht wieder zurück Oha Ich sehe gar nicht, wie wir da hinkommen sollen Warte mal, hier Da ist das Seht ihr es? So ganz bisschen Hier Ah doch, okay Also es geht auf jeden Fall dort rum Dann nehmen wir aber vorher Hier dieses Ding mit Da scheint noch irgendwas zu sein Was das bedeutet, weiß ich nicht Was ist denn hier los? Anonymous Haut zwei Münzen raus Hier, du Da kommt die Kohle rein Wow Bester Streamer Bester Streamer Ein Handel Eine junge, attraktive Zu gehackte Tätowierte Frau Hallo Dream Pudding Moin Lächelt uns an und sitzt im Schnee Unter einem Felsvorsprung Oh, das ist natürlich gut Ein Zelt wäre eigentlich ganz gut, oder? Figo, ich glaube du hast einen Zap abbekommen bei Einen der unzähligen Zapbomben Guck dir das an hier unter mir 605 Subs Diesen Monat Das ist richtig geisteskrank Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe Absoluter Rekord Und da warst du wohl in der Zapbombe Irgendwo mit dabei Ja Also ich würde sagen Wir nehmen uns ein Zelt mit So Flasche Tee haben wir abgetreten Die sind ja nur begrenzt haltbar Och, die war aber sehr, sehr freundlich, ne? Gut Dann gehen wir jetzt hier mal rüber Ei, 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 ei Wir haben hier schon wieder ein Event Können wir das umlaufen irgendwie? Nee Der Stein ist auch kacke Okay Wir probieren es mal Ich hoffe es passiert nichts Und schon macht der Kerl Urlaub Der Urlaub ist schon gebucht seit Ich glaube seit Oktober ungefähr Das hat damit nichts zu tun Es ist nichts passiert Sehr gut, sehr gut, sehr gut Hallo Namu, moin Journalist Eine verlassene Feuerstelle Zwischen den verkulten Zweigen Liegen ein paar halb verbrannte Notizen Da steht etwas von einer Anomalie Keine Frage Sie müssen der fremden Person gehören Du wütst in der Asche Sie ist noch warm Der Fremde kann nicht weit sein Der Journalist ist hier irgendwo Nach einer kurzen Pause machst du dich auf Weiter nach dem Journalisten zu suchen Wir bekommen Energie Wärme Geistige Gesundheit Also uns geht es ja richtig gut Nice Und Level Up haben wir auch noch Wir nehmen mal warme Gedanken Das wärmt uns ein bisschen Und wir haben hier noch so ein Special Perk Guck mal Kostet uns 20 Körper Temperatur Und 4 Stunden Zeit Ist aber ganz gut Man sieht das hier mal bei der Uhr In der Vorschau da unten Das wird dann auch bald wieder hell Das heißt wir bleiben erstmal hier Und werden Erfahrung gewinnen Dadurch geht der Balken hier hoch Und wir sind wieder näher an dem nächsten Level Ab dran So Gut Das war's schon Gut also Der Journalist muss in der Nähe sein Wir nehmen doch mal unser Sonar Irgendwo hier in der Nähe Ja Wahrscheinlich so in dieser Richtung Es scheint sehr sehr weit weg zu sein Auf jeden Fall Wir klettern mal in die Richtung Ah Das ist Das ist halt ein bisschen gefährlich Mit diesen ganzen Ausrufungszeichen Aber wir versuchen es natürlich Hier vorne haben wir noch eine Kiste Da könnte wertvolles Loot drin sein Aber ich glaube Wir klettern erstmal weiter straight in diese Richtung Hier ist nämlich ein Monolith Die Rute ist kacke Wir laufen mal hier oben lang Und da wieder runter Wo ist der Monolith Der ist eins weiter Dann gehen wir hier runter Da ist auch wieder so ein Ausrufungszeichen Aber egal Wir müssen Wir sollten den auf jeden Fall holen Das kostet natürlich jetzt richtig Energie hier Gerade diese hohen Aufstiege auf glattem Eis Und die Abstiege Die kosten richtig viel Power Aber wir haben keine Wahl Wir müssen dahin Schreien Du lässt dich auf einen Felsen nieder Um auszuruhen Deine angenehme Wärme Breitet sich langsam in dir aus Du betastest den Stein Der Stein ist warm So warm Dass um ihn herum das Eis und Schnee geschmolzen ist Wieso ist dir das nicht vorher aufgefallen So wir können uns was wünschen Wir nehmen Wärme tatsächlich ein bisschen Und jetzt gucken wir mal wo das Signal sein könnte hier Ja irgendwo da Wahrscheinlich entweder hinter dem Berg oder oben drauf Da haben wir noch eine Höhle Da könnten wir vielleicht noch mal einen Zwischenstopp machen Um noch mal zu schlafen Unsere Energie ist ja fast weg Das machen wir noch mal Voice Ein wunderschön Wie geht's Wie steht's Hi Ja das Problem war halt Als wir Wir haben das erste Mal gemacht Da hat die Community entschieden Wir haben immer Umfragen gemacht Bei jeder Entscheidung haben wir eine Umfrage gemacht Und ihr konntet entscheiden Was als nächstes passiert Das Problem war halt Wir haben für eine Mission drei Stunden gebraucht Und wenn wir das heute machen würden Ich glaube da kommen wir zeitlich nicht hin Deswegen treffe ich die Entscheidungen selber Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis So Wir erkunden den Tunnel in der Dunkelheit nicht Nee komm wir gehen schlafen Leute Den Tunnel in der Dunkelheit ist halt schwierig zu erkunden ohne Licht Wir haben leider kein Licht Ich weiß gar nicht ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt Eine Facke zu machen Urlaub ist vorbei Wie soll es mir gehen Wie der Urlaub ist vorbei Du hattest Urlaub Ach der Osterurlaub Naja stimmt Die Osterurlaubswoche ist vorbei Wir haben ja letzte Woche mal eine Umfrage gemacht Wir haben von euch alles Urlaub hatte Da vorne ist es Guck mal oder Nee das ist noch irgendwas anderes Gefühlt hatte jeder von euch Urlaub Ja jetzt ist wieder Arbeiten angesagt Eieieiei Wir laufen mal hier vorne zu diesem glänzenden Ding hin Wieder ein Monolith Ein besonderer oder Eieiei das ist ein krasser Aufstieg hier So Und da ist auch noch irgendwie so eine besondere Sonne Da werden wir jetzt nächstes hin gehen Nur ein paar Meter vor dir landet unerwartet ein majestätisch Äh ein Steinadler Fasziniert beobachtest du das Tier Das sich nicht von dir zu fürchten scheint Wir nehmen Geistes Kraft Und zum Montag gleich Bewerbungsgespräche Eieiei Stellst du neue Leute ein oder was Wo ist in welchem Bereich denn Vielleicht sucht hier noch jemand einen Job Jetzt gehen wir hier lang Das ist auch so ein Special Ding Da passieren eigentlich auch immer gute Sachen Wenn wir hier diese Sonne finden Nordlichter Was für ein Anblick Wir bekommen geistige Gesundheit Und ein Level ab Wir nehmen Warme Gedanken Nummer 2 Wir erhalten mehr Körpertemperatur Sehr gut Jetzt müssen wir nochmal gucken wo wir hin müssen Was sagt mein Scanner Die Richtung stimmt schon Irgendwo hier Ja die Frage ist halt Also wir kommen ja hier nicht rüber Wir müssen hier oben einmal komplett um den Pudding rum Ach du Scheiße Uff Okay Leute Das wird ein harter Ritt Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit Wahrscheinlich nicht Können wir das irgendwie umgehen So Ah schwierig Ja wir müssen Wir müssen hier einmal auf jeden Fall Auf dieses Kackfeld Oder Ne warte mal So Okay okay Dann können wir auch gleich die Kiste Auf jeden Fall mitnehmen So wir müssen wieder zurückklettern Wir sind in eine Sackgasse gelaufen Das ist natürlich jetzt sehr sehr doof Physiotherapie Praxis Suchen wir natürlich einen Fleischer Sehr schön Haben wir Fleischer Ausgemittete Fleischer am Start Wir haben es geschafft Gestern Kiete Wir haben gestern Haben wir ein sehr schweres Level gespielt Da hatten wir eine Kanal Punkte Wette Ob wir das Level schaffen Oder sterben Wir haben es irgendwie Gott sei Dank geschafft Hallo Baxi Belohn Ein wunderschön guten Morgen Hallöchen Herzlich Willkommen beim Aufstieg So wir gehen nochmal hier zu dem Gegenstand Eventuell finden wir da noch was Ruinen Ein verlassenes Camp Liegt Da liegt ein zerfetztes Zelt Du könntest dir Zeit nehmen Und die Zelte durchsuchen Das machen wir Du findest ein Biwak Zelt Ach du Scheiße Jetzt haben wir aber schon Leute so viele Zelte hatte ich noch nie Na jetzt müssen wir da hoch Der Aufstieg ist richtig haarig Ich werde mir mal Ausrüstung craften Wir basteln mal was Und zwar Energie So Kletterhaken So hier guck mal Kletterseile So Hat jetzt ein bisschen gedauert Bis wir die hergestellt haben Aber Die können wir benutzen Mit Rechtsklick Und dadurch Verbrauchen wir weniger Energie Ah da ist doof Hier lang eventuell Okay Also danach gehen wir aber wirklich schon auf dem Zahnfleisch Wir werden glaube ich dann unsere erste Nacht im Zelt verbringen Ey das mit der Prime Krone Das kannst du dir selber aussuchen Was da angezeigt wird Käthe Da musst du mal gucken Ich glaube das kannst du einstellen Dass das angezeigt wird Olli macht den Boss Oh mein Gott So wir gucken mal Irgendwo Ach hier guck mal Hinter dieser Kuppe Muss eigentlich schon Unser Ähm Journalist liegen Hier kommen wir durch Ne Eieieiei Ich gehe erstmal hier lang Noch ein bisschen Da werden wir zelten Da könnten wir auch lang laufen Glaube ich Naja Ist egal Wir zelten jetzt erstmal Eine Runde Hier gibt es ein Schlafsymbol Und wir schlafen sehr lange Dann ist es auch hell Und Wettervorhersage sagt Es ist klares warmes Wetter Das ist ja super Das machen wir So einmal am Zelt übernachten Und jetzt sehen wir auch hier Dass wir einen Punkt verloren haben Bei dem Zelt Also es ist nicht unendlich lange haltbar Hier ist noch eine Kiste Die nehmen wir nochmal mit natürlich Na selbstverständlich Da gucken wir nochmal rein Was ist das denn Am Fuß Das Hang stößt Auf die Überreste Eines Gebäudes Ob es dem Besatz Dann gehörte Teile davon Sind komplett unter Die Felsen begraben Da muss ein Steinschlag Gewesen sein Zwischen den Trümmern Kannst du technische Geräte Und eine kleine Mitteilenden Container Erkennen Du könntest hinabsteigen Und nach Vorräten suchen Das hört sich nach dem Plan an Kostet ein bisschen Sauerstoff Oha Sauerstoff wird langsam knapp Wir haben keine Sauerstoffflasche Achtsam balancierst du Über die Trümmer Als sich plötzlich Das Geröll unter deinen Füßen Bewegt Und du dich mit deinem Bein In der Spalte verfängst Nein Schnell versuchst du dich zu befreien Doch einige Felsen Rutschen nach Und quetschen dich ein Ein stechender Schmerz Zieht durch dein Bein Autschi Mit einem Rucksack Ziehst du es unter dem Felsen Mit einem Ruck Ziehst du dein Bein Aus dem Felsen hervor Du begutachtest dein Bein Es scheint nichts gebrochen zu sein Erleichtert Dass nichts Schlimmeres passiert ist Gehst du weiter Knie angestoßen Verletztes Bein 16 Stunden Nichts gefunden Kacke Ja gut Kannst nichts machen So hier irgendwo Muss jetzt aber mal Hier irgendwo ne Lass mal da hin Oha Oh mein Gott Was ist das für weiter Weg Leute Oh boy Okay Also da haben wir noch ein bisschen Ein paar Meter vor uns Ähm Wir werden erstmal hier hochklettern Ich nehme auf jeden Fall Um Energie zu sparen Nochmal dieses Kletterding Dieses Kletterseil Okay los geht's Ja also heute haben wir Wirklich Pech ne Gestern lief das alles Ein bisschen besser Du erreichst eine Schlucht Über die ein Seil gespannt ist Wer es wohl hinterlassen hat Du kannst riskieren Es zu benutzen Ich mache Kärt und suche Einen Umweg Kostet Sauerstoff Oder ich handle mich Über die Schlucht Sauerstoff können wir Eigentlich gut gebrauchen Ne Wir benutzen das Seil Und hangeln uns Über diese Schlucht drüber Guck mal hier Da sieht eigentlich auch Sehr stabil aus Dieses Seil Oder Da kommen wir schon rüber Meinst du nicht Ich glaube schon Ich glaube schon Der Wind schaukelt hin und her Während du das Seil mit dem Arm und Beinen fest umschlungen hast Du spürst wie deine Arme müder werden Doch du ziehst dich weiter über die Schlucht Stück für Stück Endlich erreichst du die andere Seite Deine Erleichterung ist groß Okay wir haben es geschafft Leute Dann starten wir unsere Expedition auf den Himalaya Ja das Ich glaube da haben wir keinen Keinen guten Handy empfangen Da kann man schlecht streamen auf den Himalaya Ansonsten würde ich dann natürlich sofort hochsteigen mit euch Mir hat das Wind Ich glaube ich würde Ich würde schon vor dem ersten Basiscamp Würde ich glaube ich schon erfrieren und verhungern Also wenn ich eins nicht abkann Dann ist es Kälte Ich hasse auch so Winterurlaub oder so Ich würde nie auf die Idee kommen Irgendwie einen Skiurlaub oder irgendwas in der Richtung zu machen Um Gottes Willen So jetzt sind wir hier angekommen Wir sollten auf jeden Fall hier mal hinter glaube ich Alter das ist aber uff Wo geht er denn jetzt lang Okay 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 Lass mal Kommen wir hier noch hin Da kommen wir noch hin Dann ist unsere Energie aber am Arsch Das heißt da sollten wir spätestens mal ein Zelt aufschlagen Seit April 2020 Huwei und China Modelle machen 5G Empfang Im Basecamp Decimaler ja möglich Nicht dein Ernst Diesel ist das so Um Gottes Willen Okay wir liegen und schlafen Leute Wir nehmen wieder unser Zelt Wir schlafen lange Einmal die Nacht so dreiviertel durch Lass sie der Berg will dich gar nicht haben Und schmeiß dich runter Ja das könnte natürlich passieren Wir könnten jetzt natürlich direkt nochmal schlafen Ehrlich gesagt Pass auf wir haben so Ey wir haben so viele Zelte Wir machen mal nochmal ein schönes langes Nickerchen hier So Einfach nochmal Sauerstoff füllt sich aus Weil wir sind unter den 6000 Metern Todeszone Jetzt ist das Zelt verbraucht Wir haben wieder Platz im Inventar Ach ist das herrlich So jetzt nehmen wir den Kletterhaken nochmal Das bringt uns wieder einen Kletterbonus Und dann schauen wir mal Ob wir hin müssen überhaupt Kein Signal aus der Richtung Ah also das Signal Die Signalstärke ist wirklich katastrophal Ich glaube wir müssen hier noch irgendwie Irgendwie hier längs Da lang zum Beispiel So wir klettern mal einen Meter Mal gucken was passiert Ob wir von da aus besseren Empfang haben Mit unserem Sonargerät Ich hoffe Hier unten ist kein Signal Das würden wir hoffentlich sehen Eieieiei Was für eine Wildnis Jetzt klettern wir mal da nochmal lang Da ist ein Höhleneingang Da müssen wir glaube ich erstmal nicht hin So Was sagt hier Da irgendwo Ach du ahnst es nicht Bruder Ich sehe da auch noch nix Okay Also einmal komplett um den Pudding müssen wir Dafür um da hin zu kommen Können wir hier irgendwie eine Abkürzung nehmen Eine gescheite Ne oh Gott Oh hier guck mal Der Weg geht jetzt eigentlich ganz gut Wir klettern mal da lang Sieben Masten auf dem Mount Everest Das ist doch nicht euer Ernst Da müssen wir auf dem Mount Everest Da müssen wir halt da hin Hier ist noch eine Schatzkiste Da gucken wir nochmal rein Sachbeschädigung Du erreichst ein kleines Plateau mit kreisfürmisch angeordneten Monolithen Eine Überbleibste einer alten Kultur Eine Gestalt in einem langen Gewand Kauert auf dem Boden Und murmelt unverständliche Worte Dann erhebt sie sich und stößt den steinernden Monolithen um Einen nach dem anderen Was Wir halten die Person auf Du näherst dich der Gestalt Hallo Hallöchen Oh eine Dose haben wir gefunden Ey weißt du was Die essen wir auch gleich Die snacken wir direkt weg Wir haben noch ein Level ab Ruhig angehen Leveln wir mal Und dann essen wir mal die Dose auf Die bringt uns Energie So Da sind wir fast wieder voll Und da vorne ist ja schon Das Signal zu Ursprung Wir gehen mal hin Und ich glaube dann haben wir das Level auch schon geschafft So schnell geht das Ja natürlich Also Monolith wiegt ja nichts Oder Ich weiß es nicht Okay Da ist der Journalist Wir haben ihn gefunden Leute In einer Höhle findest du einen modern ausgestatteten Bergsteiger Der seine Kamera reinigt Als du dich bemerkbar machst Schaut er dich freundlich an Er zuckt noch nicht einmal mit der Wimper Als du ihm von der Zeitschleife und der Station berichtest Zu der du ihn bringen möchtest Sehr gut In dem Moment als er aufbrechen wollte Er tönt ein schrilles Pfeifen Mit schmerzverzogenen Gesicht Presst du die Hände an deine Ohren Gleißendes Licht Dringt aus dem Stein Und umhüllt euch Level geschafft Easy Wie viel Zeit haben wir noch Schaffen wir noch ein Level So einen kleinen Aufstieg Würden wir glaube ich Eventuell noch hinbekommen Wir haben noch Ein Stündchen haben wir noch Ein Stündchen hätten wir noch da Die Levelabs Die du auswählst Sind immer für eine Zeit lang Oder für Level Das ist unterschiedlich Das musst du dir genau angucken Manche sind für die gesamte Mission Und manche sind nur für ein paar Stunden Das muss man halt gucken Guck mal hier Ei 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 Wir kriegen jetzt richtig Bonus hier Wir haben leider keinen Levelaufstieg bekommen Das ist ein bisschen schade Das heißt wir bekommen keine Kein Wissen Dass wir als Punkte investieren können Das ist natürlich ein bisschen schade Zypi Vielen, vielen Dank für den Follow Hallöchen Oh das ist aber nett Ihr seid ja sehr Followfreudig heute Darf man ja mal sagen Ne Dankeschön Leute Vielen, vielen Dank Ich hoffe es gefällt euch ja ein bisschen Auch wenn ich unrasiert bin Aber hey Ich bin Bergsteiger Was soll ich machen Gut Also Mission erfolgreich